Servus, ich bin der René und das ist der Last Motiva Jackal GTX. GTX, um das direkt vorweg zu nehmen, steht für Gore-Tex, das heißt ein wasserdichter Schuh. Auch hier trotzdem super atmungsaktiv, dafür steht einfach Gore-Tex. 100% waterproof, 100% breathable. Da kommt ordentlich was raus. Jackal, ein Schuh, der eher was für langsamere, entspanntere Läufe ist, denn er ist wirklich ein relativ steifer Schuh, der aber auch im Mittelfußbereich dir richtig guten Halt und letzten Endes auch Traktion gibt. Die Ferse hinten sehr schön rumgezogen, sodass du wirklich wie so ein Hufeisen reinfährst und hinten nicht so schnell rausrutschst und wie gesagt eher auf langsamerem Lauftempo sehr angenehmer Schuh. Der Schuh an sich ist mega genial, auch im alpineren Gelände unterwegs, denn wir haben eine greniale, griffige Außensohle, gegenläufiges Profil, womit man auch mal ein Steinchen mitnimmt, aber an sich super langlebige Außensohle, bewährtes System von La Sportiva und auch einer unserer alpinen Tipps in diesem Sinne, das ist der La Sportiva Jackal GTX.